Hallo meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Machen wir jetzt Vyat! Würde ich sagen. Vyat, Tag 41. Ach stimmt, es gibt ja insgesamt 400 Tage. Warum hast du diesen Mann gefreut? Was war das? Ich meine nicht, es zu tun. Es hat einfach passiert, okay? Woher warst du mit einer Warnung? Ich? Hast du das jetzt auf mich? Ich habe den Mann nicht gesehen. Ich war zu Angst, dass die Mannschaft auf uns zu holen. Schade! Mann, wie sie sich mit uns befinden? Schade! 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 Schade, Mann! Schade! Mann, hol den Mann! Jesus, Mann! Jesus! Gott, das ist so verdammelt. Schade! Ich hab' nicht gemeint... Schade, Mann! Hattest du sie denn? Sind sie da zurück? Wyatt? Dürfen? Sind sie da oder nicht? Komm' an. Wyatt, spreche mir auf mich, Mann! Vielleicht sind sie aufgeräumt? Ich hör' nicht aufgeräumt! Hast du einen Aufgeräumt? Nein, nein... Ich habe... Ich habe nicht. Hier, hier, ich gehe auf. Alles klar xD xD Mann, er ist verdammt. Ich will nicht diesen Mann in meinem Leben, Wyatt. Mann, du bist in den Mann. Ich weiß, Wyatt. Meine Schirte ist getrennt. Es ist, wie... Ich... Warum haben sie nichts gesagt? Der Mann hat seine Scheine übernommen. Das ist alles, sie haben zu sagen. Ich bin sicher, dass es ein Verrückte ist. Ich bin nicht. Ich wünsche, dass ich es, aber... Hub erst mal noch. Genau. Alter. Was ist denn mit dir? Well, thanks for getting us out anyway. It's about time. I will punch your eyes. Wow, viel mehr erkennt man trotzdem nicht. It's fine. Road straight is my dick. You think we're in the clear? Not until we get out of this fog. Was that a pun? No. When did you start making puns? I said no, idiot. I know. Hahaha. Alright. Let's Tom Cruise out of here. Please, never talk again. See if there's still any sticky in the glove box. I can't see anything out there. Who are you talking to? You? Oh. What did you say? Oh my god. What? Shut up. Remember when TJ got high and tried to put a pancake in the CD player? No. No. I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god. Really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her? And she told me that when she was five, I think, her dad took her to the circus side show. Holy moly. Let's go. Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that was a guy. Wyatt. Come on, man. Say something. Was that a dude or not? What the? The fucking fog. This night is so fucked, man. I don't know. It was too fast, man. Man, don't say that. You have to know. Dude, you have to. Let's see if there's anything around the car. You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just not. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Dude, what's that on the broken side mirror? It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. You think that blood on the windshield is fresh or rotten? Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. What's that way out in the road? Is that the mirror from the car? Can't tell from here. Man, I'm really not seeing anything. Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know. Look. Wyatt. It was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't eat a burrito and get on a roller coaster, sure. So what do we do? What do you mean, what do we do? We go out there. What about the guys in the truck? Man, fuck those guys. If that guy back there is alive, we have to help him, Wyatt. There ain't a lot of live dudes left these days. Why don't we just drive back? And maybe run him over again in the fog? He can't be that far back, man. Come on, man. This is stupid. We go out there. We check it out. We get moving. Fine. I'll go. Give me the gun. Dude, I'm the one who got us into this. I'm the one who hit him. Should be me going. Then why did you ask which one of us should go? Oh, sorry. Next time I get into this exact crazy fucking situation, I'll figure out how I feel before I talk. Yo. Okay, well, shit, okay. Here, we'll rock, paper, scissors for it. Fall is klar? Okay, cool, good. This is good. We need to hurry up. You ready? Man, I can't believe I'm doing this shit. Dude, two seconds, it's over. All right, two out of three, right? Sure. One, two, three, go. Fuck. What are the chances of that? Okay. One, two, three, go. For real? Shit, man. Insane. Okay. Again. One, two, three, go. Man. Okay. All right. One, two, three, go. I knew you'd pick rock. You always pick rock, dude. Dude, it's stupid. Son of a bitch. Hätte man da gewinnen können? Theoretisch, ich weiß es nicht. Stimmt, oder? I got this. Be careful, dude. Shue. Can tell if we belong to our guide or not. Man, it'd be easy as shit to get lost out there. You gotta hurry up, dude. Thing is checked. Should I take it? No, man. Okay. Ich würde in so einer Situation mit Zombies einfach von der Seite, äh, von der Stelle abhauen. Ja, würde ich auch. Ganz ehrlich. Weil du, wahrscheinlich ist es ein Zombie gewesen, also ein Beißer gewesen. Das ist der, der ja, da umgefahren wurde. Okay, vielleicht auch nicht. Rucksack und so. Das wäre ein tolles Backpack, wenn du mir erzählst, ob dein Beißer alive oder nicht. All right, ich glaube, ich werde einfach mit mir selbst sprechen, weil das Sinn macht. Was ist das so lange dauert? Hurry up! Digga, halt die Schnauze! Geh du doch hier raus! Blut? Okay. Holy shit, that's a fuck ton of blood. Oh. Quiet. Do you see anything? Why the hell am I following this thing? Nothing good's at the end of it. Hey, man. You okay? Fella? You need to answer me, man. If you're a dude, I don't want to shoot you. Please, just say something, mister. Not sure if you're deaf, dead or just an asshole, man. Man, I wish I was hot right now. Oh. Are you okay? Sir? Can you hear me? Man. Oh. Is this guy's a cop? Cop. Please. Be. Okay. Jesus. This is bad. Okay. Uh. Ugh. Jesus. Son. Son. Oh. Ah, fuck it. Alright, let's get your ass to the car. Huh? Huh? Was? Hä? Ah, ich muss die Maustaste gedrückt halten. Ah. Wo von links? Okay, ich habe aber noch Zeit. Jetzt. Okay. Du kannst schon ein Blut sagen. Wenn es Blut dunkler ist, war es ein Beißer. Wenn es sehr frisch aussieht, war es kein Beißer. Naja. Wie es aussieht ja nicht, ne? Wie es aussieht, war es ja kein Beißer. Das Blut war ja dunkler. Ich habe bald keinen Schuss mehr. Jetzt geh doch. Geh doch. Ja, komm doch mit dem Auto näher. Höh. Arsch. Wo? Links, rechts? Links. Und rechts. Oh. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich da ziehen konnte, ey. Geh. Ja, die Frage ist, war es sein Blut. Ja, wahrscheinlich. Ja, klar war es doch. Das Blut war ja vorher nicht da. Quiet! Quiet! Heddy! Komm, hilf mir, Mann! Ja. Nein, Mann! Wir haben gerade angefangen. Der Truck. Komm, Mann! Wir haben gerade angefangen. Der Truck. Ich hätte nicht helfen sollen. Alles klar. Abandonist Achievement. Also Flo, ja, ähm, das war ja sein Blut. Das Blut war ja vorher nicht da und nachdem sie ihn überfahren haben, war das Blut erst da. Also es war sein Blut. Ähm, und ich meine, durch das Dunkle, also durch, durch, durch Nacht und Nebel, etc. kannst du eh nicht so gut erkennen, ob das jetzt ein Menschenblut war, sag ich mal, oder halt ein Weißerblut oder so, ob es wirklich dunkel ist oder eigentlich normale Farbe hat. Aber, ja, ist jetzt halt ein bisschen doof gelaufen. Aber ich hätte ihn, glaube ich, trotzdem so auch liegen gelassen, so. So ein Unfall, überlebt er nicht. Das überlebt er nicht. Also, safe nicht. Weil du hast ja auch kein irgendwie, ähm, kein, kein, kein Krankenhaus oder so in der Nähe, was du jetzt irgendwie mal schnell befahren kannst, damit er wieder, geheilt wird, sag ich mal. Also von daher. Ja. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.